Heute gebe ich euch einen kleinen Überblick zum Thema Trailrunning. Was ihr dafür braucht, wie ihr bei euren ersten Runden richtig Spaß habt und welche Fehler ihr zu Beginn vermeiden sollt. All das im großen Trailrunning-Überblick. Trailrunning ist ein Trendsport und das hat sicherlich viele Gründe. Viele, wie auch ich, nutzen das Trailrunning, um im Frühling und Herbst fit zu bleiben, wenn die Berge in der Übergangszeit zu Sommer und Winter sind. Andere machen es auch im Sommer, weil sie gerne schnell in den Bergen unterwegs sind. Aber viele von euch denken sich vermutlich, ich bin nicht fit genug fürs Trailrunning. Dass das vermutlich gar nicht stimmt, das will ich euch jedenfalls jetzt zeigen. Wenn ihr aktuell schon Straßenläufer seid und zugleich auch gerne wandert, dann ist der Sprung zum Trailrunning ein ziemlich kleiner. Wenn ihr jedoch nie auf Asphalt laufen geht, dann ist Trailrunning definitiv ein interessanter Anfang, da es deutlich abwechslungsreicher als das Roadrunning ist. Trailrunning bedeutet nicht immer gleich, dass man einen Berg hoch läuft, anstatt zu wandern. Das ist zwar eine Option, ist aber definitiv mehr ein Fall für fortgeschrittene Läufer. Trailrunning steht grundsätzlich erstmal nur für unebenen und nicht asphaltierten Untergrund. Je buckeliger und ungleichmäßiger der Untergrund ist, umso schwieriger wird das schnelle Laufen. Es braucht also mehr Konzentration. Der geneigte Trailrunner spricht dann von einem technischen Trail. Auf einem Schotterweg oder einem Waldboden laufen ist angenehm und recht einfach. In einem stark verwurzelten Waldstück oder auch im Geröll- oder Blockgelände laufen ist schon eher schwierig. Der Untergrund ist aber jedenfalls wichtig, denn bei technischen Trails kann auch das Verletzungsrisiko letztlich steigen. Straßenläufer wissen, dass man sich die Kraft und die Ausdauer definitiv einteilen muss. Beim Trailrunning wird das Ganze nochmal ein ganzes Eck komplizierter, denn hier kommen immer wieder Steigungen und Bergabpassagen dazu. Es braucht also eine gute Taktik, um bergauf und bergab kraftsparend unterwegs zu sein. Wer mit dem Trailrunning beginnt, wird hier zu Beginn oftmals Probleme haben, vor allem, wenn man eigentlich aus dem Straßenlauf kommt. Denn ein Straßenläufer betrachtet das Gehen ja grundsätzlich als etwas Schwaches. Im Trailrunning ist das aber definitiv nicht so. Dein steiles Bergauflaufen, das können zwar ein paar starke Bergläufer, aber selbst die machen es in der Praxis nicht. Der Grund dafür liegt in der Verschwendung der Energiebegraben. Ich kann 50% meiner maximalen Geschwindigkeit nutzen, spare aber vielleicht um die 70% der Energie im Vergleich zur maximalen Geschwindigkeit. Gerade auf so langen Distanzen ist das also eine Frage des nachhaltigen Denkens. Mit diesem Wissen könnt ihr auch ganz ohne Charme einfach all eure ersten Anstiege, egal ob etwas steil oder brutal steil, einfach gehen. Schnell gehen, langsam gehen, vollkommen egal. Hauptsache, ihr kommt vorwärts. Der Sinn des Trailrunning ist nicht unbedingt, dass man so schnell wie möglich wo oben sein will, zumindest am Anfang des Sports, sondern vor allem in der leichten Laufbewegung im spannenderen Terrain und der abwechslungsreicheren Umgebung. Trailrunning wird vor allem in den flachen Passagen, aber natürlich auch beim Bergablaufen erst wirklich zum Running. Wer bergauf laufen kann, der kann das aber natürlich trotzdem tun. Man sollte eben immer auf die Einteilung der Energie achten. Bei einem 5km Lauf kann ich mir schon eher vorstellen, die steilen Anstiege zu laufen als bei einem Marathon. Es verhält sich also ähnlich wie beim Straßenlauf. Auch beim Bergablaufen ist einfach so schnell wie man nur kann, eben keine nachhaltige Idee. Die meisten Einsteiger im Sport empfinden beim Bergablaufen nämlich schnell mal Seitenstechen. Und das, obwohl sie sich oftmals gar nicht angestrengt fühlen. Das hängt damit zusammen, dass eine instabile Laufform und eine Haltung beim Bergablaufen zu viel Bewegung im Rumpf erlaubt und letztlich Seitenstechen erzeugt. Außerdem vergisst man beim Bergablaufen oftmals zu Beginn auf eine ruhige und gleichmäßige Atmung. Man darf sich also selbst nicht den Druck machen, dass man bergab das reinholen sollte, was man bergauf verloren hat. Bergablaufen sollte ohne Druck, sondern vor allem mit Leidenschaft, Spaß und Genuss an der schönen Aussicht oder der Lässigkeit des Laufes passieren. Also gilt sowohl bergab als auch bergauf. Probiert es mal mit Gemütlichkeit. Gerade dann entdeckt ihr den Spaß an dem Sport und könnt euch die Schönheit des Waldes, der Wiese und der Berge erst so richtig bewusst werden. Die hier, die braucht ihr am Anfang nicht unbedingt. Viele fangen mit dem Trailrunning nämlich auf einfachen Forstwegen und Schotterstraßen an. Das kann ein Trailrunning-Schuh gut, aber das kann ein klassischer Laufschuh für die Straße ganz genauso gut. Es erinnert mich immer ein bisschen daran, wie wenn Leute mit ihrem Ford F-150 zum Lidl einkaufen fahren. Kann man machen, aber der Ford Focus tut's halt auch. Aber wann braucht man die Trailrunning-Schuhe denn eigentlich wirklich? Trailrunning-Schuhe werden dann wirklich wichtig, wenn der Untergrund sandig, erdig, feucht oder sehr glatt wird. Denn dann bringt das deutlich ausgeprägtere Profil eines Trailrunning-Schuhe einen Vorteil bei der Bodenhaftung. Manche Trailrunning-Schuhe haben auch eine etwas bessere Seitenstabilität. Aber pauschal könnte man sagen, wenn ein Auto wo hochkommt, dann kommen auch Laufschuhe. Klassische Laufschuhe wo hoch. Trailrunning-Schuhe sind schließlich teuer und wer noch nicht ganz weiß, ob der Sport überhaupt so schön ist, wie ich es hier gerade verkaufe, sollte sich zu Beginn die Investition vielleicht besser sparen. Das gleiche gilt auch für die Trailrunning-Westen. Die haben durchaus ihre Existenzberechtigung, nur sollten sie eben nicht schon zu Beginn überlegt werden, da sie recht teuer sind und am Anfang auch eigentlich keinen wirklichen Nutzen haben. Aber wofür braucht man die Dinger denn grundsätzlich? In erster Linie sind sie super für Bergläufe mit längeren Distanzen geeignet. Denn man kann bis zu einem Liter Trinken transportieren, wenn man aber nicht besonders schnell läuft, braucht man in der Regel eigentlich nicht wirklich viel zu trinken. Macht es am besten wie beim Straßenlauf auch. Wenn ihr beispielsweise 15 Kilometer Straßenlauf ohne Trinken schafft, dann braucht ihr es beim Trailrunning in aller Regel auch nicht. Die Laufwesten haben aber einen großen Vorteil, nämlich dass man Gepäck transportieren kann. Also Stöcke, eine Jacke, ein Erste-Hilfe-Paket und vieles mehr. Das ist vor allem bei Trailrunning in den Bergen wichtig, wo Infrastruktur schlichtweg nicht vorhanden ist. Zu Beginn des Sports ist das aber ohnehin eher nicht zu empfehlen. Also ist die Sache eigentlich recht einfach. Wer schon läuft, der nutzt seine Laufschuhe. Wer noch keine Laufschuhe hat und Trailrunning anfangen will, der kauft sich einfach Trailrunning-Schuhe. Auf Trailstöcke, Laufwesten und Co. kann man zu Beginn aber eigentlich verzichten. Sie sind am Beginn eher selten hilfreich. Je steiler das Gelände wird, umso weniger wird man laufen. Das gilt für bergauf und bergab. Richtig steile technische Abstiege auf Bergpfaden sind nicht einfach zu laufen. Und die Sicherheit geht immer vor, also muss man Tempo rausnehmen. Wenig laufen heißt aber auch wenig Running-Erfahrung. Und deshalb lohnt es sich, wenn man sich zu Beginn die Routen kurz und vor allem immer noch mit wenig oder leichten Anstiegen raussucht. Achtet vor allem darauf, dass die Bergaufstrecken nicht ewig lang sind. Alle 500 Meter mal 200 Meter Anstieg und das dreimal ist einfacher als 600 Meter Anstieg in einem Stück. Denn flache und Bergabpassagen geben immer eine Chance zur Erholung. In diesem Sinne ist Trailrunning deutlich trivialer und einfacher, als man das gerne mal irgendwo liest. Es braucht nicht viel Zeug, es braucht nicht viel Wissenschaft, es braucht zu Beginn erstmal nur Motivation und die Geduld am Anfang auch langsam und gemütlich unterwegs zu sein. Die Wissenschaft, die Ausrüstung, das Training, die Geschwindigkeit und alles andere Zeug, das kommt später. Deshalb auf geht's raus in die Natur zu eurem ersten Lauf. Und ganz wichtig, bleibt immer auf den Wegen. Kürzt nirgends ab, zerstört nicht die Natur, passt auf eure Umgebung auf und verhaltet euch rücksichtsvoll gegenüber Menschen, Pflanzen und Tieren. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.